Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Was ist zum Erwarten im Zeitraum von 27. August 2017 bis 3. September 2017? Es werden interessante Gespräche sein, auch Verabredungen, Treffen, Terminen. Wir sollen auch zuhören, was anderen erzählen, was anderen sagen. Das kann auch ein guter Rat sein oder bringt uns zu neuen Ideen. Geld ist auch zum Erwarten oder ein Gewinn. Was wir nicht machen sollen, die Augen schließen, sondern wichtig ist Klarheit, etwas zum Erkennen, genau hinhören und auch anschauen etwas. Wir werden ein Buch finden oder ein Thema finden, zum ein Buch schreiben, weil das kann auch eine Bedeutung sein in den kommenden Tagen. Und das war meine Wochenprognose. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.